Hallo, mein Name ist Martin Gieswein und ich möchte im Weiteren einen Überblick geben über Metaverse Web3. Und zwar, was sind die Elemente des Web3? Soll ich mich engagieren als Unternehmen oder als Privatperson im Web3 oder auch als öffentliche Institution? Und wenn ja, wie soll ich mich engagieren? Web3 hier als ein Überblick, als ein Sammelbegriff über verschiedenste Technologien, Trends und gesellschaftliche Entwicklungen, durch die wir jetzt alle rasch durchgehen, als eine erste Orientierungshilfe, insbesondere für Personen, die, sagen wir mal, nicht hauptberuflich in diesem Feld arbeiten. Wenn wir uns ansehen, wie wir es eigentlich definieren können, die verschiedenen Webs, wir kennen ja Web 1.0, so ab den 90er Jahren, vielleicht auch schon ein bisschen früher für manche, wo es gegangen ist, sehr stark um Lesen von statischen Webseiten. Damals die Suchmaschine Alta Vista sogar eine, die redaktionell betrieben wurde. Das typische Anschauprogramm, der Browser war Netscape und Mozilla und man hat noch sehr langsame Verbindungen gehabt, wo man sich einwählen musste. Das hat sich dann sehr stark verändert über die Zeit, insbesondere würde ich sagen, so ab 2005 plus. Da geht es sehr stark um Facebook und Social Media, User-Generated Content, unglaubliche Massen an Daten, die von UserInnen erzeugt werden und auf die Plattformen gestellt werden, privater Natur, aber natürlich auch mit Apps und anderen Softwaren, Musikstücken, Filmen etc. Unglaublich viel auch im professionellen Bereich und das ganze Web 2.0 war also eins, wo man selbst etwas generieren konnte, Write, Schreiben. Aber man hat jetzt eine 56-prozentige mobile Nutzung des Internets weltweit und in vielen Ländern eine relativ höhere sogar. Also das heißt, wir haben Social Media, User-Generated Content und die Mobilisierung des Internets gesehen mit Web 2.0, völlig neue Geschäftsmodelle sind entstanden und eine Oligopol-Bildung im Bereich der Digitalgiganten, die heute einen Großteil des digitalen Lebens für uns beruflich und privat bestreiten. Und Web 3.0 ist jetzt ein Schritt weiter. Da geht es nämlich nicht nur um Read und Write, sondern zusätzlich kommt auch noch, ich kann besitzen, ich kann Eigentum haben, ich kann ownen. Und zwar mit Hilfe von Blockchain-Technologien, mit Hilfe von Smart Contracts, NFTs und da schauen wir heute ein bisschen hinein, welche Elemente das sind. Und insbesondere bewege ich mich anders. Also ich gehe weg vom 2D-Schirm des Smartphones oder des PCs und gehe in sehr vielen Fällen in den virtuellen Raum oder in den augmentierten Raum, wo ich ganz andere immersive Erlebnisse habe, bis hin eben auch zu taktilen Situationen, wo ich ein High Five geben kann und ich spüre das mit meinem Handschuh, wenn das im virtuellen Raum erwidert wird. Also da sind jetzt große neue Änderungen und wahrscheinlich, das ist meine kleine persönliche Wette, werden wir in fünf bis zehn Jahren eben nicht mehr auf diese schwarzen Kästchen starren, sondern sehr viel Information audiovisuell über die Brille an Ohr und an Auge bekommen. Kommen. Stehen wir da jetzt ganz am Anfang der Web3-Entwicklung oder ist das alles schon durch? Also wenn wir uns jetzt eine Unterordnung des Web3, eine Kategorie ansehen, nämlich die gesamte Krypto-Bereich, Tokens etc. Dann ist es so, dass wir heute so viele Krypto-Users haben, wie wir damals noch typische Web 1.0-User gehabt haben im Jahre 1998. Also das würde bedeuten anhand dieser logarithmischen Kurve, dass das sehr früh ist. Wir sind sehr früh dran im Web3, allerdings werden schon die Claims abgesteckt und die Giganten investieren schon, auch die Venture-Capital-Firmen investieren. Viele Brands sind schon ins Web3 gegangen, um ihre Kunden auch dort zu erreichen. Und für viele erscheint natürlich diese digitale Duplizierung unserer Welt manchmal sehr seltsam. Auch mir erscheinen diese digitalen Grundstückspreise, die da verlangt werden, sehr hoch. Ich glaube, dass wir hier all das, was typischerweise in technologischen und geschäftlichen Entwicklungen passiert, auch jetzt sehen. Da sind Hypes drinnen, da sind Irrationalitäten drinnen. Da ist aber auch jetzt die Chance natürlich, wenn man aufs richtige Pferd setzt, unglaubliche Wertsteigerungen mitzunehmen. Ich meine, wir sind in dieser typischen frühen Phase, die hat nichts systematisch mit Web3 zu tun, sondern das ist eine typische Entwicklungskurve in der Innovation, an der wir jetzt am Anfang stehen. Für viele Personen erscheinen diese Metaverses, diese 3D-Umgebungen, wo man sich mit seinem Avatar hineinbewegen kann. Auch manchmal ein bisschen seltsam, auch manchmal spielerisch. Aber die Zentraland ist ein gutes Beispiel von so einem Metaverse, das kommerziell betrieben wird, wo Firmen ihre Ausstellungen machen, ihre Kunden kontaktieren bzw. Land kaufen. Und das Ganze ist in einem westlich-kapitalistischen System organisiert. In dem Fall gibt es 90.000 Grundstücke und deren Preis ist durchaus in der letzten Zeit sehr stark gestiegen. Ich werde mich dann später auch nochmal dazu melden, wenn es darum geht, müssen wir wirklich Land kaufen im Web3 in den Metaverses oder gibt es ja auch andere Beispiele, darf ich dann bringen. Andere Darstellungsformen, Kryptowoxels, auch wieder eine 3D-Situation, wo ich da mit einem sehr einfachen Avatar anonym einsteigen kann nochmal und das Ganze betrachten kann. Und ich besuche da die digitale Städte des Linzer Museums Francisco Carolinum, wo NFT-Kunststücke ausgestellt werden, einzigartige Situationen dargestellt werden, wo es Leihgaben gibt, wo es Duplikate gibt von Kunstwerken aus der realen Welt. Also sehr, sehr spannend hier bis hin zu Weihnachtsfeiern, die schon Firmen dort gefeiert haben in den Lockdown-Zeiten. Also eine spannende Reise, die man über den Browser machen kann. Also Sie brauchen dann nur über diese Links einsteigen und haben die Möglichkeit, da auch ohne 3D-Brille gleich einmal ein erstes Erlebnis zu haben. Und das ist ganz wichtig, dass man sich das einmal ansieht und mal ein bisschen ein praktisches Gefühl bekommt, abseits der nur Lesen und Hören darüber. Also selbst einmal ausprobieren, große Bitte. Und natürlich auch vorsichtig sein, weil zu Web3 gehört natürlich auch irgendwo die Situation, nicht der einfache spielerische Avatar, sondern mit künstlicher Intelligenz erzeugte Abbilder und Deepfakes wie zum Beispiel hier von Tom Cruise. Das hat ein Computer mit 60.000 Bildern gemacht. Über künstliche Intelligenz kann man hier wirklich völlig getreue Abbilder schaffen. Und für die Filmindustrie bedeutet das ganz, ganz, ganz viel Neuigkeiten. Das ist weit mehr als Special Effects. Wir gehen dann den nächsten Schritt hinein. Und eine dieser Basisinfrastrukturen, eine Software, die eben diesen 3D-Raum und auch die Avatale gestalten kann, ist die Unreal Engine, zurzeit in der Version 5 erhältlich. Das ist an sich eine Software, die verwendet wurde, um Spiele relativ leicht zu machen. Man muss da nicht neu programmieren, sondern die Basis, wie man sich bewegt, wie etwas gerendert wird in diesem Raum. Das ist hinterlegt in dieser Unreal Engine. Eine andere Software ist Unity. Also aus dem Spielebereich kommend ganz, ganz wichtig und zentral. Aber eben nur ein Element des Web3. Und wenn wir einmal das ein bisschen kategorisieren wollen, auf sieben Ebenen einschränken wollen und einmal einen Überblick bekommen wollen, was im Sammelbegriff Web3 denn alles drinnen ist, dann können wir das so tun, dass wir uns das auf den Ebenen Business, Organisation, Applications, Human Interface, Platforms, Transactions und Infrastructure anschauen. Ich gehe da gleich mit Ihnen durch. Und dass wir auch die Möglichkeit haben, zu sehen, dass also von links nach rechts chronologisch wir von diesem Mobile Social Web 2.0 jetzt in diese neue Form des Internets, Weiterentwicklung des Internets, Ablöse des bisher bekannten Internets, bis zu einem gewissen Grade durch Web3 schleichend geht. Das ist also nicht ein disruptiver Einmal-Ruck, sondern wir sind da mittendrin in einer Transformation, die wir beachten sollten. Auf der Infrastruktur haben wir jetzt noch im Web 2.0 das typische Internet mit dem IP, also Internet-Protokoll mit Webseiten, www, FTP und so weiter, all das, was Sie kennen, Mails etc. Also so wie wir das Web kennen, wie das Internet bekannt ist. Und das wird es auch noch in der Zukunft geben. Also viele Absprünge in das Web 3.0 erfolgen ganz einfach über unseren mobilen oder fixen Browser. Aber es gibt natürlich auch eine Infrastruktur in der Distributed Ledger Technology, insbesondere die Blockchains, die schon von der Technik her grundlegend anders sind, anders protokolliert sind, anders konzipiert sind, sind dezentral, sind unterschiedliche Systeme und Datenbanken, die über die Welt verteilt sind, auf verschiedenen Rechnern, dort aber in ihrer Komplettheit abgebildet sind, das heißt dezentral, und die alle Transaktionen mit einem Hashtag an die Kette anhängen, diesen Block an die Kette anhängen, deshalb auch der Begriff Blockchain. Und die sind ganz spannend, weil es natürlich nicht nur eins gibt, sondern mehrere dieser Blockchains. Und die neuesten sind auch solche, die neue Konsens-Technologien verwenden oder Konsens-Methoden verwenden, die unter anderem, weil es immer wieder ein Diskussionspunkt sind, auch wesentlich weniger Energie verbrauchen. Das ist ein kleiner Seitenhieb für eine größere Diskussion. Na, was haben wir dann noch an Möglichkeiten, uns da auch zu orientieren? Man kann natürlich die User suchen, die Hashtags suchen und möglichst viel herausfinden. Ich bin selber als Martin3.eth für Ether in der Ethereum-Blockchain zu finden. Man kann aber auch Webseiten dort anlegen und das schauen wir uns dann später noch an. Das ist das Ethereum-Name-Service ähnlich, wie es ja auch im Internet dieses Name-Service gibt für die Domains. Transaktionen. Ja, heute denken wir, das ist alles so einfach, aber eigentlich ist das überhaupt nicht standardisiert. Also ich habe drei Kreditkarten, einen PayPal-Account, bei gewissen E-Commerce-Anbietern muss man wieder anders zahlen. Fiat ist der Begriff für das bestehende Geld, also für, sage ich mal, einen Euro oder einen Dollar. Also Lastschriften, Bankensysteme, all das, was wir so kennen, das ist natürlich etwas, was im Web3 eher abgelöst werden soll. Eher Alternativen werden hier aufgezeigt. Und fangen wir mal an mit dem Begriff, der in der letzten Zeit zumindest immer wieder recht stark gehypt wurde. Das ist das Non-Fungible Token, also ein digitales Gut, das nicht teilbar ist, sonst ist es zerstört, dass es auch nicht austauschbar ist, wie ein Euro gegen einen anderen oder ein Bitcoin gegen ein anderes. Oft sind es Kunstwerke, Bilder, die dann über einen Smart Contract mir zugehörig sind, zum Beispiel, oder es festgelegt ist, wie viele es davon gibt oder wie ich die Transaktionen durchführen kann. Und Smart Contracts sind gar nicht smart, sondern sind einfach nur Codeschnipsel, die die Transaktionskonditionen einfach hinterlegen. Und das ist in einem, in der Blockchain dann hinterlegt. Spannend ist, dass wir keine Rechtsdurchsetzung brauchen. Also wenn ein Smart Contract zwischen mir und Ihnen besteht und die Bedingungen, die wir genannt haben, zum Auslösen eines Ereignis treten ein, dann wird das einfach durchgeführt, zum Beispiel, dass das NFT von mir auf Sie übertragen wird. Das heißt, ich muss keinen Treuhänder haben, ich brauche keinen Stempel von einer Behörde oder einer Notar oder einer Notarin, sondern es wird einfach die Transaktion durchgeführt, wenn die Software sieht, dass die Bedingungen gegeben sind. Neben diesen nicht teilbaren Tokens gibt es natürlich noch ganz viele Tokens, die sehr wohl hier austauschbar sind. Das sind typischerweise die Cryptocurrencies in diesem gesamten Decentralized Finance System. Und sitzen tun all diese Tokens und NFTs in meiner digitalen Geldbörse, in meinem Wallet, das ist ein nettes Plugin, zum Beispiel in meinem Chrome Browser, gibt es mehrere Möglichkeiten, das durchzuführen. Da ist auch sehr viel Sicherheit drinnen, da ist sehr viel Daten drinnen, die ich für mich verwalte, die ich also nicht irgendwo nach einem Login bei einer Plattform dann verwalte, sondern die sind bei mir in meinem Wallet. Und mit diesem Wallet kann ich in den verschiedenen Applikationen spazieren gehen und habe eigentlich in diesem System die Möglichkeit, Daten stärker bei mir zu behalten. Ein großer Wunsch für viele Menschen im Laufe der Zeit ist das entstanden. Ja, die Plattformen, auf denen wir uns heute bewegen und Transaktionen durchführen, sind eben diese Amazons, Googles, Metas, also vor allem Facebook. Und sind das jetzt die gleichen Plattformen, die auch groß werden im Web3? Und das muss man sich ansehen. Also alle, insbesondere würde ich sagen, Meta hat natürlich große Ambitionen, da hineinzugehen. Google, Apple eher über die Hardware-Seite, über Smart Glasses. Amazon wird hier strategische Pläne haben, denn es gibt schon ein Amazon im digitalen Raum des Web3. Ich würde sagen, das ist zum Beispiel OpenSea, wo ich meine NFTs generieren kann, wo ich sie verkaufen kann, wo ich einkaufen kann, wo ich Land kaufen kann, wo ich versteigern kann. Sie sehen also, es gibt hier neue Spieler am Markt, die hier diese Transaktionen ermöglichen, beziehungsweise Transaktionen, die eigentlich Peer-to-Peer funktionieren könnten, auf eine Plattform heben, damit das halt für alle sichtbar ist und vielleicht leichter vermarktbar. Ganz spannend, wenn man gesagt hat, sind diese Digitalgiganten, die in den letzten 20 Jahren entstanden sind, die, die für ewig bestehen werden, weil sie so unglaublich reich sind und so viele liquide Mittel haben. Also Web3 eröffnet einfach neuen Spielern die Möglichkeit, da reinzugehen und da gibt es Abertausende von Transaktionen jeden Tag. Das heißt, vom Volumen her sind das schon echte Spieler auf diesem Markt. Ich glaube, ganz spannend ist, wie der Mensch mit diesen Maschinen, mit diesem Web3 interagieren wird. Im Web2 ist es typisch der Browser, das Smartphone. Immer stärker kommt die Steuerung über Sprache beziehungsweise die Ausgabe von Ergebnissen über Sprache, vom Fernseher über das Auto bis hin eben auch zu unseren Smartphones, WhatsApp-Nachrichten. Das ist eine spannende Entwicklung. Wir wollen uns wegbewegen von den Eintipseln von Zeichen. Und wenn wir dann im Web3 hineingehen, dann ist es natürlich das Erleben und das Interagieren wirklich entweder in der augmentierten Realität, das heißt, ich sehe die Realität, aber es werden mir zusätzliche Informationen zum Beispiel über die Brille eingespielt oder über die Kamera und den Bildschirm meines Smartphones. Oder ich bin also, ich sehe wirklich nichts aus der Realität und bin im virtuellen Raum und kann mich da ganz immersiv bewegen oder eine Mischung, was für Mixed Realities, Extended Realities, was wir typischerweise sehen, wo digitale Inhalte sehr, sehr spannend in den realen Raum, mit dem realen Raum verwoben werden. Zum Beispiel alles, was Sie an Filtern sehen in Snap oder auch in Instagram, das sind so typische Massenanwendungen heute davon. Wir leben dort mit unseren Avataren, das sind eigentlich nicht so wirklich die digitalen Zwillinge, insbesondere, weil immer mehr Leute drauf kommen, mein Avatar muss nicht ausschauen wie mein reales Ich, sondern vielleicht möchte ich mich ganz anders gestalten. Und das ist eine Faszination natürlich des Web3, wo man sagt, wir müssen nicht nur das, was im realen Raum möglich ist, transferieren, sondern wir wollen vielleicht auch etwas anderes erleben und dass viele Firmen marktreife Lösungen haben beziehungsweise weiterarbeiten an haptischen, taktilen Elementen, dass man spüren kann, wenn man gegen eine Wand berührt zum Beispiel oder dass eine HoloLens heute schon die Emotionen eines Gegenübers auslesen kann. Es wird an Geruch gearbeitet, als eine Komplettierung der Sinne und vieles mehr bis hin eben zu direkten Schnittstellen zwischen uns und der Maschine, auf die ich aber ganz bewusst hier nicht eingehen will. Und dann gibt es die Applikationen. Also heute natürlich alles, was wir in diesen 3D-Welten erleben, wo wir ganze Inseln erforschen können, ganze Länder schaffen können, Städte bauen können. Das sind diese Videogames, da kommt sehr viel der Technologie her, die schon angesprochene Unreal- und Unity-Technologien, die wir jetzt im Nicht-Spiele-Bereich ganz stark brauchen. Aber viele Applikationen, Anwendungen, also zum Beispiel, ich trete einer Blockchain-Gilde bei und lerne dort, wie man sich in den Spielen verhält oder kann mir dort auch etwas ausborgen oder möchte in meine Wallet einsteigen. Das sind alles Apps, die decentralized sind und wo ich eben nicht mehr mein E-Mail-Passwort eingebe und dann dort bin und meine Daten dort lasse, sondern wo ich mich über das Wallet anmelde und dann mit meinem Datensatz dort repräsentiert bin. AI brauchen wir, das haben wir bei den Tom Cruise Deepfake gesehen. und dann müssen wir mal diese Metaverses auch benennen. Wir haben schon gesehen Decentralized, Sandbox ist auch eins, das ich hier angeführt habe, Kryptowoxels haben wir auch schon gesehen und Horizons World ist eben so ein Disneyland von Facebook, die sich zum Beispiel sehr leicht über die Datenbrille von Meta erreichen, über die Quest 2 aktuell. Was lernen wir daraus? Metaverses gibt es mehrere als eines, also der große Traum momentan ist, dass wir uns zwischen diesen Verses herum bewegen können und auch unsere NFTs mitnehmen können, da gibt es noch technische Herausforderungen und auch kommerzielle, weil es durchaus teilweise sehr abgeschottete Inseln sind, aber das Zweite, was wir noch sehen, ist, dass Metaverses nicht gleichzusetzen ist mit Web 3, Sie sehen, also Web 3 hat so viele Elemente, die nicht nur technischer Natur sind, nicht nur Applikationsarchitektur, das geht weit hinaus, über das, was wir hier als Metaverse typischerweise oder Metaverses momentan bezeichnen, nämlich auch auf der organisatorischen Ebene, also natürlich bauen jetzt eine Metaform als Facebook solche Welten und das sind natürlich dann eigentlich Kundenwelten, das sind hierarchisch organisierte Situationen, wo man sich hier als Kunde sozusagen einkauft und dann etwas haben kann, etwas erleben kann, dann gibt es aber solche, die jetzt nicht aus der typischen Welt kommen, die wir schon kennen als Firmen, sondern es sind neu gegründete Firmen, wenn man das so sagen will, oder Spiele, die entstanden sind, in denen das funktioniert, wie zum Beispiel Fortnite, Roblox, angekündigt, The Other Side von PortApe, Yacht Club, also da entstehen einfach neue Spieler, die organisieren sich aber auch wieder typisch, hierarchisch, traditionell, Cryptovoxels, also was der Gründer sagt, passiert, also das ist, das kann man auf Twitter verfolgen, was der sagt, das wird gemacht im Release, weil es unter Anführungszeichen ihm gehört und wir halt mitspielen können unter seinen Konditionen und dann gibt es eben die Decentralized Autonomous Organizations, also dezentrale, autonome Organisationen, das heißt also, wenn ich von Decentralized einen Token habe oder von Sandbox oder von Axie Infinity, dann bin ich ein Mitglied mit Stimmrechten, ich kann dort am Gemeinschaftsleben teilnehmen, ich kann etwas verdienen, ich kann die Regeln bestimmen, ich kann auch andere Menschen incentivieren, dort hineinzugehen, da sind wir näher an Begriffen wie Demokratie, da sind wir näher an Begriffen wie Genossenschaft, wo jedes Mitglied gleich stimmberechtigt ist, wenn man das vereinfacht sagen kann, also das sind spannende Situationen und ich glaube, dass wir in den typischen Firmen und Institutionsorganisationen, die wir heute haben in der realen Welt, werden wir uns ganz genau anschauen, wie diese DAUs funktionieren und ob wir da neue Organisationsformen für uns finden oder auch Verschnitte mit der Hologratie finden, die uns einfach ermöglichen, dann auch schnell Menschen zu beteiligen, auch an der Gewinnsteigerung, an der Wertsteigerung von so einer DAO, also ganz, ganz spannende Situationen in diesem Bereich. Wenn es ums Geld geht, dann wissen wir, es gibt ja die Top 10 digitalen Business-Modelle des Web 2, ich habe das aufgearbeitet, Sie können das unter martingiesven.com slash top 10, also T-O-P-10, gern geschrieben, abrufen, kostenfrei, das ist wirklich der Kern dessen, wie heute Geld gemacht wird von Abos über Free, über Freemium, Experience, Ökosysteme, Plattformen, Use Don't Own, also die typischen digitalen Geschäftsmodelle und die sind natürlich auch im Web 3 zur Verfügung und Eintrittspforte und eine Möglichkeit, Transaktionen zu machen, aber es gibt zusätzliche neue Geschäftsmodelle, die verwandt sind, aber die man doch gut abgrenzen kann und die möchte ich jetzt mit Ihnen durchsprechen. Das ist ein Versuch einer Business-Modell-Beschreibung, das ist nicht komplett, das ist nicht 100% final, ich freue mich über alles, insbesondere hier über Feedback von Ihrer Seite an meine Kontaktadressen, die Sie im Internet im Web 3 finden. Gehen wir da mal hinein, was sind diese Business-Modelle, ich habe da mal ein paar aufgeschrieben, die ich so identifizieren kann und abgrenzen kann und wir gehen dann in jedes hinein mit einem Beispiel, unten noch einmal der Link, wo Sie die alten, unter Anführungszeichen die Web 2.0 Geschäftsmodelle abrufen können. So, Collect, also dieser Sammler-Trieb kennen wir von den Fußballheften, Sticker-Büchern, aus der Kunst, Kultur, Sammeln immer schon gewesen. Also, das hat einen eigenen Wert und diesen Wert hat es auch im Web 3.0 und wenn das solche Cyberpunks wie oben rechts sichtbar sind oder Kleidungsstücke digitaler Natur, die ich anprobieren kann und die mir gehören und die ich sammle und wo ich auf Wertsteigerung hoffe, also all das ist ganz typisch, ganz stark, sehr individuell und sehr stark gehypt auch in den letzten Monaten und wenn man es will, wenn man dazu eine Ader hat, glaube ich, ein reges Betätigungsfeld. Trade handeln, also Trade handeln natürlich, also rauf und runter, Bitcoins, Rollercoasterbahn, das ist ganz klar, das ist etwas, was in allen Welten, auch in Web 3, ganz stark ist und dort natürlich auf der Blockchain-Technologie basiert sehr oft aus Kostengründen, aus Transparenzgründen im Sinne der Nachvollziehbarkeit der Transaktionsliste und natürlich dann sowohl mit Coins als auch mit Non-Fungible Tokens und auch mit Land, natürlich digitales Land. Dann natürlich im Bereich vom Handel auch ein bisschen ein weniger weit wegliegendes oder ein Beispiel, das mit Wein hier zu tun hat und uns vielleicht ein bisschen zugänglicher ist. Also es gibt mit Kryptowain zum Beispiel ein österreichisches Unternehmen, das einfach sagt, du kannst dir Weine, die vielleicht noch nicht im idealen Trinkfenster sind, kaufen, kannst du ein NFT kaufen, das gehört dann dir, dieser Wein, auch das digitale Abbild und du kannst es verwalten. Also entweder lässt es im Weinkeller im Burgenland liegen von dieser Firma oder du lässt es dir kommen, du kannst es weiter verschenken beziehungsweise du kannst es natürlich auch handeln. Also ich glaube auch gut, wenn man da mal 10 Euro oder so investiert und sich da einen Wein kauft, einfach wieder um zu erleben, wie denn das funktioniert. Der Kollwenz da, der 2016 ist momentan bei ungefähr 60 Euro. Ja und dieses OpenSea, dieses Amazon, das Web3, wie ich es ein bisschen unscharf nenne, da sieht man natürlich, dass hier das Handeln, Sammeln, Handeln, Entdecken, Weitergeben ein wichtiges Element ist. Dort spielt es sich ab, dort ist das Trading natürlich ganz groß. Gehen wir ein bisschen weiter, Merch, also wie kann ich meinen Brand verwenden, wie Nike sagt, wir gehen in eines der größten Metaverses, das hauptsächlich von Kindern bespielt wird, das ist Roblox, dort gibt es eine eigene Werbung, die heißt Robux und Nike hat dort ein Nike-Land gemacht und dort kann man abhängen, dort kann man sich seinen Avatar ausrüsten, dort kann man sich digitale Kleidungsstücke kaufen, aber es gibt eben auch Real to Virtual, das heißt also wenn rechts unten gesehen eine Person einen Schuh in der realen Welt kauft, dann bekommt man dafür auch sozusagen die Möglichkeit digital den Avatar auch mit dem gleichen Schuh auszurüsten und dann wirklich eins zu eins auch aufzutreten und seinen Freunden und Freundinnen zu zeigen, dass man das hat und das ist jetzt noch nicht ganz verbreitet, aber es gab schon mal den Bericht darüber und McDonald's hat auch etliche Patente in dem Bereich angemeldet und ich erwarte mir da sehr viel, es gibt auch Virtual to Real, das heißt ich bin in Roblox zum Beispiel, bekomme Hunger und ich spiele mit meinen Freunden, die irgendwo auf der Welt herum sich gerade eingeloggt haben und wir bestellen uns eine Pizza und jeder bekommt die Pizza oder die Leute sind bei mir zu Hause, weil wir an einem Schirm spielen und die Pizza wird physisch geliefert beziehungsweise in Zukunft wahrscheinlich auch McDonald's etc. Also aus dem Spiel heraus reales Essen Ordern also das sind typische Modelle die jetzt überhaupt nicht mehr abgehoben sind die vielleicht nicht allen zugänglich sind aber da wird Geld gemacht da sitzen Marketing Strategen dahinter und das ist im Aktienkurs verankert das wird beim Aufsichtsrat berichtet und das ist ein Teil dass Brands weiterleben können in einer technologisch weiterentwickelten Welt nennen wir sie mal Web3 Eine Sonderform glaube ich sind Dress Skin also ich rüste meinen Avatar aus ich zahle 20 Euro damit in Fortnite meine Spielfigur da irgendwelche Weihnachts Ambiente anziehen kann das ist ganz ganz typisch Skin als eine Gesamtdarstellung eigentlich meines Avatars meiner Spielfigur oder Jewels ein österreichisches Startup international tätig wurde auch schon in New York Times schon berichtet drüber die einfach ermöglichen dass ich mir ein Snap ansehe wie solche Kunstgegenstände an mir aussehen beziehungsweise ich kann diese dann auch wenn ich sie gekauft habe in Zoom einsetzen und kann so den langweiligen Vorläufern des Metaverse nämlich den Videocalls ein bisschen einen Aufputz auch zukommen lassen das ist alles mit Geld hinterlegt und ist eine Industrie die im Entstehen ist und wenn sie sagen es gibt im Luxusbereich etwas wo ich mehrere tausend Euro für eine Ledertasche ausgebe dann gibt es heute tausende von Menschen die weit weniger für digitale Schmuckstücke ausgeben und sich darüber freuen da gibt es auch Menschen die in Exe Infinity zum Beispiel spielen tagelang spielen stundenlang pro Tag spielen und die ihre kleinen Tierchen die sie dort kaufen mit den Tokens dann stärker machen die füttern sie die werden gehegt und gepflegt und wenn sie dann größer sind sind sie auch mehr wert das faszinierende an dieser Art und Weise ist dass das ganze Gilden sind die sich da zusammentun die sich auch gegenseitig helfen die sich trainieren die sich ausleihen das sind ganze Ökosysteme wo jeder eine Rolle hat wo man sich nicht vertrauen muss und wo die Blockchain einfach das Vertrauensband ist weil die Transaktionen hier ganz eindeutig sind und das Spannende ist am Ende des Tages kann man in Dollar konvertieren oder in Euro oder in sonst eine Währung und dann geht man raus und hat Play to Earn gemacht hat im Spielen physisches Geld verdient es ist in prekären Arbeitssituationen jetzt nach Corona und so weiter in den Philippinen auf den Philippinen gibt es ganze Familien die da spielen da gibt es neue Formen natürlich auch der Ausnutzung dieser prekären Arbeitssituationen also da muss man ein Auge drauf werfen die Aussage hier ist das ist nicht nur alles seltsam und lustig und komisch sondern das ist eine Ökonomie wo man sagt so ein Spiel kann funktionieren weil Menschen reingehen die nicht die Zeit haben die zahlen dann für ihre Tierchen und andere züchten sie und das ist ein Ökosystem das nicht für immer funktionieren muss aber das momentan funktioniert und das Ganze in millionenfachen Transaktionshöhen Land kaufen schon kurz angesprochen die Central Land aktuelle Grundstücke was ist frei wie viel kostet wie verändert sich der Kurs also eine Freude für jede Immobilienmaklerin die sagt Wahnsinn jetzt gibt es meine Branche auch im Digitalen vielleicht noch ein bisschen ein weiter weg liegendes Geschäftsmodell was aber seit Jahren Tag besteht und wo viele Menschen gutes Geld verdienen sie lassen ihren Rechner laufen da ist die Blockchain drauf und sie transferieren diese Transaktion in die Blockchain sie minten sie meißeln sozusagen die Transaktion in die Blockchain hinein und dafür bekommen sie einen Bruchteil der Transaktion beziehungsweise sie bekommen Transaktionskost ausbezahlt Gasfee nennt man das und ja bis hin zu ganzen Server Farmen die da laufen um kleines Geld kleine Coins zu erwirtschaften das ist etwas was funktioniert und was sozusagen als Infrastruktur notwendig ist dass hier viel Geld drin steckt haben ganz viele Risikokapitalgeber entdeckt also gerade zum Beispiel Andreessen Horowitz er ist einer der größten Risikokapitalgeber der Welt hat um eine Zahl zu nennen 30 Milliarden in der letzten Zeit in Krypto in Web3 in Metaverse Unternehmen gesteckt wir wissen dass Microsoft die Firma Blizzard Activision gekauft hat um fast 70 Milliarden US-Dollar Meta selbst gibt einiges an Geld aus um dort tätig zu sein also wir haben einen Zufluss an Investitionen von traditionellen Spielern von Finanzspielern und das bedeutet natürlich auch wieder eine Verfestigung des ganzen Web3 also die Gefahr dass das eine reine Bubble ist schwindet dadurch natürlich wollen diese Firmen auch großen Einfluss auf diese Organisationen dann ausüben wie zum Beispiel auf das DAO das ich schon erwähnt habe hier nochmal eine Grafik dazu mehr Vertrauen zwischen den Teilnehmern die sich persönlich nicht vertrauen müssen das Vertrauen wird gemacht über die Smart Contracts wenn ich das tue bekomme ich das das ist gut hinterlegt alle Informationen sind in der Blockchain gespeichert einsichtig es gibt sowas nicht wie weiß ich nicht muss ich nachsehen oder musst du behaupten sondern jeder schaut wie die Transaktionen die Regeln hinterlegt sind und weiß dass es so ist und dass die Maschine demnach auch handeln wird und das Spannende ist halt der demokratische Willensprozess der Tokeninhaber wenn ich mir jetzt als Organisation als Firma als Institution als Einzelperson überlege soll ich ins Web3 gehen soll ich dein Engagement haben dann darf ich Ihnen da die fünf Punkte ans Herz legen dass Sie das durchgehen im Sinne einer Engagement Methode und wir machen das jetzt gleich einmal gemeinsam also welche Felder des Engagements gehen kann es eigentlich geben Sie sehen oben etliche Begriffe wo typischerweise heute schon sehr viel gemacht wird mit Web3 Elementen für mich auch persönlich natürlich sehr spannend in der Education in der Bildung dass da massiver Zugrichtung Bildung auch in Web3 Metaverses sein wird und zum Beispiel die Hinterlegung eines Zertifikats wenn ich einen Kurs mache einfach auf der Blockchain ist und nicht mehr irgendein PDF sich herumschicke oder in meiner Arbeitsmappe dann beim Bewerbungsgespräch vorlege und das muss auch nicht nachvollzogen werden sondern der Arbeitgeber der Neue kann auf der Blockchain nachschauen ob ich wirklich dieses Zertifikat von der WU-Executive Academy ausgestellt bekommen habe oder nicht also das nur als kleiner Seitenpfad natürlich ist es immer so auch wenn jetzt Pressekonferenzen abgehalten werden im Web3 man transferiert das was im Realen passiert eins zu eins in das Metaverse ok das Spannende ist aber dass man neue in der realen Welt auch unmögliche Erfahrungen generiert das schauen wir uns jetzt an zwei Beispielen an die Österreichwerbung ist einen Schritt nach vorne gegangen und hat ihre Pressekonferenz in einem Metaverse gemacht das heißt also sie hat Journalistinnen eingeladen die auch so eine Quest bekommen haben so eine Datenbrille und konnten dann teilnehmen und die Pressekonferenz Panelists waren dann sowohl im physischen Raum irgendwo aber auch hier im digitalen Raum und haben dann Frage und Antwort gegeben auf die Fragen auch auf die virtuellen Fragen und das ist ein typisches eins zu eins versetzen von etwas was in der realen Welt so ist ins digitale das ist gut das ist richtig das ist gut wenn man damit experimentiert aber viele Unternehmen Institutionen gehen auch einen Schritt weiter und sagen lasst uns etwas schaffen was zumindest 99% der Weltbevölkerung nicht tun können wie zum Beispiel ich bin schon Bergwanderer und Bergsteiger aber Mount Everest traue ich mir nicht zu aber das kann ich natürlich im Metaverse im Web3 natürlich sehr wohl tun und ich habe das wirklich erlebt und das ist beeindruckend das ist also mit der Datenbrille da Basislager Aufstieg die anderen Menschen sehen das ist alles real man kann das als Spiel machen man kann das real machen mit realen Filmaufnahmen die mit 360 Grad Kameras aufgenommen worden sind es ist beeindruckend genauso wie die Rollercoaster etc. also das ist so ein bisschen immer so an der Grenze zu dem was ich vielleicht nicht kann und deshalb das aber erlebe ich glaube für viele Menschen die vielleicht Beeinträchtigungen haben ist auch Web3 eine unglaubliche Möglichkeit Dinge zu erleben die so nicht möglich sind die NASA muss auf den Mars das ist ein Dekret des Präsidenten also das ist eine US-Behörde und die muss halt tun was der Mr. President sagt und die strengen sich recht an und ein Weg sich anzustrengen ist dass sie die Mars-Mission auf so einer Unreal Engine hinausgegeben haben und jeder kann sich das runterladen und kann mit experimentieren wie diese Mars-Mission funktionieren soll welche Gewichtseinheiten welche Oberflächen man braucht welche Werkzeuge wie man zusammenarbeitet wie man mit und da mit Robotern umgehen könnte mit Schwerkraft etc. wie die Kabinen sein müssen und das ist für die besten Ideen und für die besten Erkenntnisse dieser Simulation des Mars gibt es halt auch Geld also die NASA hat das als ein Teil ihrer Innovationsentwicklung oder Erfüllung ihres Auftrages drinnen und das ist ein ganz konkreter Anwendungsfall wenn sie sich in Web3 engagieren wollen als Firma gibt es natürlich auch Risken das muss man sich genau überlegen und abschätzen also Web3 und alle Unterkategorien können natürlich sowas sein wie New Economy Bubble oder eine Blasenbildung die zerplatzt weil es dann niemand mehr braucht oder will das kann sein möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen aber viele Indikationen zeigen einfach dass wir da schon in einen gewissen Reifegrad hineingekommen sind spannend ist natürlich dass es immer wieder sozusagen auch Spreu von Weizen sich trennen lässt und durch Shakeouts und durch Kursstütze natürlich viele Projekte dann auch ausgefischt werden die nicht wirklich wirklich wertbringend sind natürlich kann man Betrugsfällen Cybercrime etc. Täuschungen aufliegen gerade in dieser Avatar-Welt in dieser Darstellung von realen Persönlichkeiten in diesen Deepfakes es gibt wie in Web2 wie im sonstigen Internet gibt es Cyberattacken es gibt Betrugsfälle wo nicht NFTs für NFTs verkauft worden sind von Penske zum Beispiel dem Künstler aber das ist aufgeklärt und das ist auch nachvollziehbar auf den Blockchains wichtig ist als Firma zu sehen ja wenn ich so einen Raum aufmache so ein Metaverse dann ist es ja wohl auch etwas wo ich meine Reputation hinaus stelle ich kann meine Marke auch beschädigen und ein ganz konkretes Beispiel ist dass es einen Fall von sexueller Belästigung gegeben hat in einem in Horizon World das ist also ein Metaverse der Firma Meta vor allem als Facebook und diese Dame hat also einen Avatar erstellt ist dann hineingegangen und wurde belästigt von männlich erscheinenden Avataren und jetzt arbeitet Meta ganz einfach daran da Distanzen auszuloten wo man nicht zu nahe an Avatare herankommen kann wo man mit einem einfachen Knopfdruck auf seine Bedienelemente dann auch einen Alarm auslösen kann und so weiter und so fort also Sie sehen ja wie eine wenn Sie ein Geschäftslokal haben und Leute reinlassen müssen Sie auch die öffentliche Ordnung sicherstellen und genauso ist es im Metaverse also viele Risiken natürlich auch aber alle handelbar und alle gar nicht so unbekannt würde ich sagen was schon ein bisschen ein Risiko ist ist dass die Markenrechte geschützt werden im Web3 wir haben ja nicht so ein es ist ja nicht so dass das Gericht jetzt sagen kann okay lieber User 0x9 dec9 du musst jetzt ja also kannst schon sagen aber die Rechtsdurchsetzung ist vielleicht ein bisschen schwierig und dieser User hat zum Beispiel auf der Blockchain registriert mehrere Adressen manche davon sind sehr typische Namen wo wir gleich an Marken aus dem Baubereich denken und eins auch Pornotube ich kann das jetzt nicht letztgültig sagen aber ich glaube dass das eine Person ist die einfach gewisse Domänen sich sichert und dann hofft dass sie dafür Geld bekommt dass sie diese herausgibt und im Gegensatz zu den Internet Schlichtungssystemen und Markenschutzsystemen mit der Icon etc gibt es das halt auf der Blockchain nicht also da ist es ein bisschen schwieriger darum darf ich dann auch alle noch einmal auffordern ihre Marken zu sichern zu schauen ob die noch verfügbar sind in den Systemen jetzt gibt es die Möglichkeit zu sagen das Risiko ist nicht so groß und eigentlich möchte ich mich da in einem Feld engagieren aber ich brauche noch ein bisschen Rückenstärkung da habe ich sieben Orientierungsfragen für Sie wenn Sie ich würde sagen mehr als drei mit Ja beantworten ist es indiziert dass Sie den Prototypen starten und zwar relativ bald weil natürlich diese Entwicklungen massiv nach vorne gehen und fortschreiten schauen wir uns die sieben Fragen an erste Frage ist haben Sie einen B2C Brand sind Sie da natürlich nicht jetzt irgendwie ein Hersteller einer Medizingerät das in drei Krankenhäusern auf der Welt irgendwo gekauft wird im B2B sind Sie ein B2C oder verkaufen Sie zumindest indirekt über Händler etc über E-Commerce an die Endkunden also dann ist schon mal ein Daumen hoch das ist schon mal das erste Jahr gegeben schauen wir mal weiter wenn Ihre Kunden typisch in diesen neuen Technologien noch gerne unterwegs sind oder wenn es auch Menschen sind die technologisch da gar nicht so nah sind aber die immer was Neues wollen ja also im Luxusbereich ist es ja auch so beziehungsweise die sich da auch Alleinstellungsmerkmale holen wollen indem sie dort mit Ihnen als Firma auch in Kontakt treten dann haben Sie eine Zielgruppe die ein zweites Indikat sozusagen geben im Web3 aktiv zu werden besonders gut ist es wenn Ihr Brand Standalone ist das heißt also ich muss mir selbst das Anheften eines Chanel Logos ist für manche Menschen interessant es hat sogar einen Wert also vielleicht will ich sogar so ein Logo haben kaufen um das jetzt sehr naiv zu sagen ich muss nicht den Lippenstift oder das Parfum immer haben also der Brand ist fast losgelöst und das ist natürlich fürs Digitale super spannend wir haben es ja auch bei Nike zum Beispiel gesehen wenn Sie schon digitale Güter haben dann haben Sie auch wieder eine Indikation eher schnell was im Web3 zu machen weil die Einstiegshürde klein ist weil Sie ja schon digitale Abbilder haben also gerade im Automotive Bereich ist das natürlich eine Riesensituation wenn Sie aber auch wie ich zum Beispiel digitale Kurse haben wenn Sie Videos produzieren wenn Sie Musik machen wenn Sie digitale Kunstwerke haben wenn Sie Text haben digitalen dann sind Sie ja eigentlich schon dort wie Adidas zum Beispiel der nicht nur Turnschuhe macht sondern das ganze Lauf und Sport Leben digital unterstützt also digitale Güter zu haben oder leicht anfertigen zu können ist eine weitere Indikation eher schnell ins Web3 zu gehen insbesondere wenn Sie Mitarbeiterinnen haben die diese Kompetenzen haben oder auf diese zugreifen können oder wenn Sie befreundete Firmen haben wo man vertrauensvoll kooperieren kann wenn Sie mit Startups kooperieren wollen in dem Feld also sich einfach leicht die Kompetenz holen können dann ist es wieder eine Indikation da eher etwas zu machen und natürlich auch wenn die wenn der Wettbewerb schon prototypisch exemplarisch da hineingegangen ist letztlich gibt es ein paar Industrien die vielleicht noch mehr als andere affin sind für Web3 und das heißt auch selbst wenn Sie kein B2C Brand sind aber in diesen Bereichen arbeiten auch im B2B Bereich glaube ich ist es sehr interessant ich nehme vielleicht nur eins heraus das ist also PwC als Beratungsunternehmen das das Recruiting in ihr Metaverse verlegt hat in ihren Virtual Park und Bildung habe ich schon gesagt alle Dienstleistungen des Staates werden wir im Web3 wiedersehen und wiederfinden so wie wir es bei E-Government gesehen haben und natürlich Immobilienbereich viele andere auch also lassen Sie sich sozusagen nicht davon abhalten etwas zu tun wenn Sie hier in diesen Feldern tätig sind also zusammenzählen wie viele Punkte haben wir sieben oder drei oder vier das sind alles Indikationen dass Sie einen Prototyp starten sollen und Sie müssen jetzt nicht was programmieren lassen Sie müssen jetzt nicht eine Agentur einschalten machen Sie kleine Schritte mit gratis Services wie zum Beispiel hier von Frame VR wo Sie wirklich sofort mit einem einfachen traditionellen Login sich ein Metaverse aufmachen können und dort herumgehen können also das ist überhaupt kein Problem dass Sie hier sofort aktiv werden können mit kleinstem Engagement und immer ein bisschen im Hinterkopf behalten auch dass man Aussagen richtige Aussagen macht zur Nachhaltigkeit also gerade der Blockchain wieder nachgesagt dass es so energieintensiv ist dazu gibt es viele Argumente die man noch austauschen können insbesondere wie viel Energie verbraucht eigentlich das traditionelle Bankensystem beziehungsweise Blockchains werden zusehend umgestellt auf neue Konsens Verfahren wie zum Beispiel Proof of Stake die wesentlich energieschonender sind und viele andere Möglichkeiten gibt es auch Nachhaltigkeit und Web3 in einen logischen und sinnvollen Zusammenhang zu bringen wie zum Beispiel der Gedanke wenn Sie eine Firmenfeier einmal in Web3 machen und dafür 20 Flüge nicht tätigen müssen in Ihrer Firma dann glaube ich haben Sie für die nächsten 10 Jahre genug CO2 gespart und können im Web3 weiterarbeiten also ich glaube die Relationen und die Verhältnismäßigkeiten werden von Medien oft ein bisschen provokativer dargestellt als sie dann wirklich sind und ein differenzierter Blick drauf aber auch ein klares Bekenntnis zu diesen Elementen ist ein wichtiges vielleicht noch am Schluss drei kleine Hinweise teilweise Wiederholungen schauen Sie sich bitte Ihre Domains an Sie haben da den Link auch dazu können dann auch noch weitere Hilfestellungen geben wenn Sie Immaterialgüterrechte besitzen Intellectual Properties Marken etc dann gibt es hier von den Kollegen von Schönherr in einem Podcast habe ich das gehört die Empfehlung zu überlegen ob man nicht auch in der Klasse 9 und 35 anmeldet also in dem Bereich Software und digitale Güter damit man da einfach seine bestehende Marke schon einmal Web3 ready macht und ein abschließendes glaube ich ganz angenehmes Beispiel das vielleicht wieder vieles zurückführt in die Realität brauchen wir Land um im Web3 bestehen zu können nein wir müssen uns nichts kaufen wir können auch einfach hineingehen wie zum Beispiel der Wien Tourismus hier mit einem Avatar der dem Sigmund Freud nachempfunden ist und wo es ganz einfach darum geht dass dieser Sigmund Freud gesteuert von einer realen Person Menschen am Hauptplatz von die Central Land angesprochen hat und gesagt hat wollte nicht ins reale schöne Wien kommen ich kann euch da mehr zeigen und hat so eigentlich eine sehr charmante Konversion gemacht vielleicht sind es nur drei Leute die deshalb mehr nach Wien kommen vielleicht sind es auch 300 vielleicht ist es auch in Zukunft der typische Weg wie man sich eine Reisedestination aussucht indem man sich es im Web3 anzieht und es ist ein ganzer charmanter Weg glaube ich wieder das Digitale mit dem Realen zu verbinden und in Einklang zu bringen ich hoffe dass diese Reise für Sie eine spannende war würde mich freuen über jede Form von Feedback und würde Sie natürlich auch einladen sehr gerne wenn Sie da tiefer einsteigen wollen einen Kurs gemeinsam mit der WU Executive Academy und mir und anderen Kolleginnen als Vortragenden zu besuchen finden Sie Details unter diesem Link melden Sie sich schon mal an oder zeigen Sie Ihr Interesse und dann werden wir genauer tiefer und sicherer mit Ihnen ins Web3 einsteigen vielen lieben Dank Vielen Dank